Ja, okay, ich bin wieder vom Thema abgewichen, ein bisschen. Du hast angefangen. Hallo, keiner zugehört. Ich weiß. So, kann man die NPCs auch irgendwie mit Weizen oder so rauslocken? Ich will nicht, dass die hier... Komm her, kleiner komischer Rockmensch. Hier, ich hab Weizen für dich. Kann ja sein. Mann. Soll ich ne Farb bauen? Denen musst du Flint anbieten. Nee, ich fahr einfach so ein Smaragd raus, dann rennen die alle. Du musst einfach deine Tür aufmachen, dann kommen die alle. Nee, ich hab nämlich jetzt ne Eisentür. Ich will, dass die alle rausgehen. Ich will hier keine Immigranten haben. Ich brauch jetzt erstmal ein bisschen Holz von meinem Haus noch. Aber ist schon mal gut, dass wir ein NPC-Dorf am Anfang haben. Erleichtert das Ganze ein bisschen. So. Ähm. Hier ein bisschen Holz abbauen. Den großen Baum baue ich bestimmt nicht ganz ab. Ich baue nur die Äste ab. Miu. Und Mutpa. NPC verschwindet jetzt. NPC verschwindet. Guck mal in meine Ausdauer. Boah, NPCs gehören nicht in Pokebälle, Mann. Ist das aber trotzdem? NPC, komm zurück. Was sie versteht, die Welt nicht mehr. NPCs, Pokebälle. Das war ein Witz. Ah, da hab ich schon mal gehört. Von dem Witz. Ach, unser Docs ist doch schön. Du, 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 du. Du, du. Du, 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 du. Ah, okay, jetzt weiß ich auch, wie du denn einen NPC markiert hast. Ja. Da steht die Zombie schon drumrum um den. Hihihihi. Ja, der NPC ging raus aus meinem Haus, haha. Ja, noch einer raus, komm, die anderen fünf hinterher. Los, da ist die Tür. Ratte. Da ist die Tür. No, halt mal. Was? Mit dem da ist die Tür. Warum? Weil es behindert ist. Hallo, NPCs hier. Da ist die Tür. Der war. Ah, Mann, ey. Gibt's seitwann ne Vorgeschichte zu, da ist die Tür. Ja. Aber da ist die Tür. Ich weiß nicht, woher ich das kenne, aber es ist auf jeden Fall nervig. Es ist, es ist irgendwo, ich glaube, von Adrodal Server kann das sein. Irgendwie hat das dauernd gesagt. Ma, jetzt schleich die NPCs, weil sie überall hinspringen, wo ich abbauen will. Verpisst euch aus meinem Haus. Kannst du dich bitte... Da ist die Tür. Ma, ne, ich töt die jetzt alle. Mir egal. Nein, Mann. Ist mir auch ein Sack. Doch. Wenn die was geiles haben. Ist mir egal, ich hab geschaut, die haben nichts geiles. Ist der Lapp, mir? Drei. 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 Ich brauch wieder Brot langsam. Ich nehm jetzt mein Haus auseinander. Na ja, Mann, ich brauch das Holz. Was? Keine Ahnung. Ich will doch Holz fällen. Das ist zu weit weg. Ich ersetze jetzt den Boten anstatt Holz ausmachen, jetzt zu Koppel. Viel cooler. Nein, nötig. Die Welt ist groß und du bist geleid. Oh my God. Mit dem Kanon. Kleines Spielchen. Kein Kanon. Du bist dran. Nein. Nein, brengt uns. Böhm, Söden. Ausdruck, warte. Ich sink nicht mit dir. Warum nicht? Weißt du nicht mehr Karaoke für Gamescom? Ja, Gamescom war was anderes. Ich hab wieder Karaoke gesungen, aber... Ja, ich denk mir auch gerade, dass du wieder da warst. Ich glaub, Karaoke Gamescom. Ja, warum? Fix, ich hab Brot gemacht, willst du draufsetzen? Weißt du, weil du, denn wir Pipas fangen wolltest, du voll auf mein Essen gesprochen bist. Und jetzt doch mal kurz in Gedenken an... Guck, guck mir, war das... Ich hab's... Ich hab's... Mit wem hab ich nochmal den Ellenbogen voll ins Gesicht gerangst? Ausdruck. Nein, du hast mich weggestoßen und ich bin voll gegen Ausdruck. Ja, Kopf gegen Kopf. Wie der so kierig auf dem VIP-Fast war. Ohne Scheiß, die packen den so aus und der rennt dahin wie ein kieriger Hund. Das hab ich mal hinten gesehen, gell. Ich hab's so lacht. Der springt da rum, macht mein Essen Platz. Ich muss mich kurz beruhigen. Ach, wirklich? Was du dich auf den Cheeseburger gesetzt hast. Und ein Lassflash, Basti. Ja, Mann. Ich hab Schmerzen, das tut so weh. Pixel, wie kam das Dings auf ein Brot setzen? Au, au. Cheeseburger, nicht der Brot. Ja, Entschuldigung, er hat grad Brot schon rumgesagt. Das Brot hast du plattgetreten. Das Brot hast du plattgetreten. Setz dich auf den Cheeseburger, das ist zu gut, ey. Ja, es tut mir leid. Vor allen Dingen, Basti, warum hast du den Cheeseburger fotografiert? Ich mein, das Bett und meine Hose waren voll versaut. Darf er nicht zu Fotos? Wer hat die ganze Schmiege auseinandergenommen? Aber wie geil du dir fünf Cheeseburger gekauft hast, wo ist eigentlich der nächste Cheeseburger. Dann gehst du aufs Klo und der Cheeseburger klebt auf dem Bett. Also, ich find's witzig. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, Basti auch. Ja, Basti hat richtig geweint. Ich meine, der hat Schmerzen gehabt. Der weint jetzt schon wieder. Er hatte seinen Kopf so aus wie eine Tomate. Ich meine, Schmerz auf Schweden sind gar nichts dagegen, wie der Schmerzen hatte. Da hab ich nur noch gelacht, weil ich Schmerzen hatte danach. Und weil ich mich ausgelacht habe. Böse, Hattie. Ich hab nichts gemacht. Nee, ich bekomme einen Schlagabdrehen, ich habe einen Homozener wie Hattie abholt. Leute, ihr könnt das bezogen, ihr habt das im Video gesehen. Äh, gar nicht. Alter. Alter, der Schmerz ist. Boi, Borsi. Hi. Verdammt, da ist mein Haus. Da ist das Haus. Passt jetzt, hätte ich auch schon verloren. So. Ich finde, ich brauche noch einen Teppich. Hm, ich finde hier aber nicht. Ich gucke voll nicht auf die Einrichtung. Ich richte hier nur ein. Ich glaube, ich habe das einzige, dass ich ausrüstet kann das sein. Ich habe schon mal ein Schwert. Ja, ich habe auch ein Schwert, was ist das? Was ist das Material? Aber nur jemand. Ja, ich hatte mal ein Schwert. Ja, ich habe an dir ein Schwert. Ich hatte mein Schwert, da habe ich eins gegessen. Eine volle Eisenrüstung, noch ein Stack Eisen über. Noch ein Stack. Nicht, dass du vielleicht was abgibst oder so. Ne, farm selber. Mann, nett bist du. Jeder hat sein eigenes. Ich habe dir mal ein Smaragd gegeben. Nein, habe ich ja dir gegeben. Egal. Wer jetzt hat. Den Smaragd gekauft, hast du gesagt, das kauft der den Smaragd. Pixels Home. Da ist Eisen. Kann nicht mit einer Holz. Kommt in der 1-jährig neue Bird Generator? Hm, ne. Auch wenn würde ich die Welt hier behalten, wegen einem geilen NPC-Dorf. Hm, irgendwie geil. Das ist so ein, ich habe noch nicht so ein großes NPC-Dorf gesehen. Das ist so, äh, das ist New York nach Krieg der Welten. Ist so, ist so. Was ist das? Nein. Das Essen. Okay, Basti hat seinen Garten kaputt gemacht. Was, habe ich nicht? Doch. Nein, habe ich nicht. Oh, das war mein Garten. Hey, wer hat meinen Garten kaputt gemacht? Ich nicht. Das war Spaß. Basti mit Lederkappe. Basti, passt du dich den Einheimischen an? Wieso? Lederrüstung. Aber Basti, du warst auch der Beste, ne? Wetter Games, komm. Hörst du dir so ein sechste Tragerl, äh, Becks? Wie viel hast du davon getrunken? Eine Flasche? Nee, der Rest hat wenige getrunken. Ach, jetzt muss ich... Oh, ich vergesse immer zu essen. Oh, irgendjemand hat den Skype bei mir gerade aufgelegt. Das war bestimmt ich. Nee, das war irgendeine andere Konfigur. Ich habe gesagt, das war bestimmt ich. Ich habe gesagt, das war ich. Mama. Tschüss, Basti. Ach, der war das. Basti. Ja, okay, dann ist die Folge jetzt. Ohne Basti. Ja, ohne Basti. Dann ist die Folge jetzt in dem Moment, das du aufzureden und meine Spitzel geht kaputt. Come on. Let's celebrate it. Let's celebrate it. Fass-son. Mach hier noch, der mich voll gemächt und so ist schon. Eisen. Sag nicht, dass es sich so an ist, wenn du redest. Was? Throwtest du dein Mikro, oder was? Nein, ich nehme meine Zunge in meinen Hinterkopf. Dann stülp' ich meinen Hinterkopf nach innen, sodass die Zunge außen ist. Die überlappt sich mit den Zähnen. Wie jetzt? Ich dachte, es ist hinten, hast du Zähne hinten, oder wie? Ja, du hast am Hinterkopf Zähne. Ja, ich bin ein ganz besonderer Mann, der mit dem Arschloch esse. Welcome back. My mom says I'm special. Hey, Veni, wo warst du stehen geblieben? Ich hab's nicht mehr gehört. Hey, Veni, jetzt war ich jetzt bei Gamescom. Ich war der Beste, was hab ich gemacht? Nein. Kaufst dir, äh, Six-Pack-Bags-Eis und hast davon eine Flasche getrunken. Nein. Doch, du hast nur eine getrunken. Nein, hab ich möglicherweise in meiner zweiten genippt. Äh, Veni, wo ist die Höhle, wo du bist? Keine Ahnung. Ja, im Wald. Ich weiß es nicht. Ey, Veni, Veni, hast du dir inzwischen Munchkin geholt? Nein. Oh, wie ich euch alle platt gemacht hab, gell? Einmal. Das Geile war ja, Basti hat einfach gar nichts verstanden, aber trotzdem gewonnen. Muss ich jetzt die Karte legen? Nein. Ey, das war sogar ein Pixel so kurz vorm Gewinnen. Ja. Und dann kommt er, Schwanzkopf, und klaut mir alle Level. Du bist tot. Ey. Basti, konnte man in etwas so beschreiben. Scheiße, Mann, was mach ich jetzt? Wurde Wasser überarbeitet? Fließt das langsam ab? Äh, ich weiß nicht. Ich bin jetzt in der Wüste. Kann sein, dass das nur Verpackt ist. Das war der Grund, wieso ich rausgeflogen bin. Nein, dein Internet war weg. Nein, ich hab Wasser gesetzt. Ich hab's so, aber dein Internet war weg, das hat man in Skype gesehen. Ich hab Wasser gesetzt. Ich hab Wasser gesetzt. Ich hab Wasser gesetzt, dann ist meine Rute abgeschmiert. Ma, ey, ich find das komische Teil nicht, wo du reingegangen bist. Fuck, der ist auch reingegangen. Weißt du was, ich geh jetzt in die Wüste und such nach einem Temp. Ich will auch in die Wüste. Kauf dir. Kauf dir. Kauf dir Wüste. Ey, ich hab ein einziges Gold gefunden. Hier hinten ist Zucker, das können wir auch anbauen nachher. Für die 1,4 schon mal. Oh, Pisser. Ja, 3 Emerald für ein Feuerzeug, verpiss ich. Was, für was? Kürbiskuchen. 3 Emerald für ein Feuerzeug. Was ist Kürbiskuchen? Mit deinem Kürbis, einem Ei und einem Zucker kann man sich einen Kürbiskuchen in der 1,4 craften. Der stellt so viel her wie gebratenes Fleisch. Lol. Das ist ja unglaublich. Und was braucht man dafür? Marv, ich mach dir jetzt schon wieder rausgeflogen. Äh, naja, ja, also. Was braucht man für Kürbiskuchen? Hab ich ihm gesagt, ich hab nicht zugehört. Kürbis, Ei und Zucker. Kürbis, Ei und Zucker. Kürbis, Ei und Zucker. Ich hab so... Wollen wir dann Zucker? Oh, ja, scheiße. Nee, ich stell auf Bucketum und hau nur ein einziges Plugin drauf und mach nur mich in die OP-Liste. Wieso? Damit ich das, äh, Slap-Plugin drin hab. Und jedes Mal, wenn jemand was Dummes sagt, mach ich Slash Slap 10. Dann wirst du ge-bitch-slapped. Dann fliegst du in etwa, äh, 20 Mal so wie bei nem normalen Slap. Tja, Taddel. Bin ich noch und? Ja. Warum? Oh, da ist ein Baum. Was ist das für ein Riesenbaum da vorn? Oh lololololololololololololololololololololololololololololololololol. ein PC-Dorf wo ist er Leute sind von uns anstand und sich das ist endlich mal ich kann ja die Koordinaten durchgeben und ja ich bin auch ein Blacksmith da war schon wenig da war auch schon wenig ja doch hier sind überall Fackeln ach so ich dachte da wo ich jetzt auch geil halbe halbe Prozent der Säcke bei der Säcke ist er gebrochen als er hat er wen ich habe als würde ich möchten was das ist eine Pfand wie geht alles vorbei ich das einigen was auch bleiben in der Nähe aus der Kontrolle aus dem aus dem Rufin nochmals verbrannt er wartet dann Prozent ich kurz die Aufnahme wie sie in einer Saison der Geschwunstung vollbild nur das aufnehmen und dann erstellt das nächste Egal, dann lass mal, dann lass mal. Ja, okay. So. Ich bin jetzt hier. Ich esse Fisch, ich esse Huhn. Was willst du? Nein, ich esse Huhn. Ja, 16 rohes Fleisch für einen Smaragd. 8 Smaragde für eine Eisenspitzhacke. Ach ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Da hat er recht. Sein PC ist voll komisch. Er hat seinen PC heruntergefahren. Das war letztens bei mir auch. Das war letztens bei mir auch.